Du bist mein, ja? Wisst ihr, wie die Stellung ist? Du bist mein. Wenn ich dich nicht haben kann, kann ich keine haben. In der Base zeigen Carsten Stahl und Ulf Herrmann ihrer Kollegin Sandy Winterfeld nützliche Selbstverteidigungsgriffe. Denn die Detektivin wird von einem hartnäckigen Verehrer belästigt. Es wird niemals immer genau so ablaufen, ja? Genauso, wenn er dich von vorne greift, ja? Ulf, greif ich mal von vorne, so. Hier. So kannst du auf gar keinen Fall bei dem Mann raus. Du trittst ihm hier ins Knie, er lässt kurz los, wupp, ja? Nimmst den Arm so, schubst ihn weg oder trittst ihn nur hinten zwischen die Weichschäle, weg. Ja. Was schreist du? Niemals Hilfe, da kommt kein Schwein, Feuer. Immer Feuer schreien, da kommen sie gelaufen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und du spielst hier nicht die Heldin. Ich weiß, dass es die eine möchte, aber das wird niemals funktionieren, ja? Ja. Wenn ein Mann das erste Mal merkt, dass du was kannst, wird er beim nächsten Mal dich K.O. schlagen und das möchte ich nicht, okay? Alles klar, Sie klingeln? Kann sein, ja? Kannst mal gucken, da müssen Sie mich nicht lachen. Es ist bereits nach Feierabend und die Privatdetektive haben eigentlich keine Termine mehr vereinbart. Merkwürdigerweise ist niemand an der Eingangstür, doch Sandy Winterfeld entdeckt ein Paket, das an sie selbst adressiert ist. Stand da jemand draußen? Kein Schwein. Weder Parfüm, irgendwas anderes? Ohne Absender, Sandy mit Herz? Kann das sein, was ich denke? Ich denke schon, ne? Bitte, holst du mal ein Messer. Sonst kriege ich keine unerwünschte Post. Setz dich mal bitte hin. Ich mach das jetzt mal auf, ja? Ja, bitte. Sitzt da mal hin, Lena. Ich bin echt langsam auf die Nerven. Das ist jetzt nicht wieviel normal, dass du was hörst? Paket ist jetzt das Paket, aber hören soll ich ständig. Was ist das denn? Was ist denn das? Jetzt wird es aber ein bisschen... Ein Herz drin oder was? Ich schenke dir mein ganzes Herz. Na super. Jetzt geht mir das aber wirklich ein bisschen weit. Aber das ist kein Menschenherz, ne? Das werden wir eine Analyse von machen. Ich gehe aber von außen nicht. Schwein und Menschenherz kannst du nicht unterscheiden. Schick mal naja mal. Tust du mir eine fein? Kannst du das mal draußen entsorgen? Das ist ja ein bisschen ekelig. Ekelig. So, Kleiner, was auch. Bis jetzt war es ja so, dass man sagen könnte, okay, das könnte jemand sein, der sich vielleicht in dich verliebt hat, in dich verkickt hat. Das waren alles nur Komplimente. Und ich habe dich lieb, hier mal ein Briefchen an deinem Auto, ein Herzchen, eine Blume, etc. Kann man alles sehen. Ich habe dir damals schon gesagt, das kann sich immer weiter steigern und wir wissen nicht, wer es ist. Und irgendwann kann es explodieren und es schlägt um. Das ist jetzt aus seiner Sicht vielleicht noch etwas Positives. Ich schenke dir mein ganzes Herz. Aber wie viel kloppt muss denn einer sein, der dir denkt, wenn er dir da irgendein Herz, ein Schweineherz wahrscheinlich reinlegt, dass du ihn dadurch attraktiv findest. Der weiß ja, dass ich das ekelig finde. Das ist ja nicht mehr lieb. Und deshalb machen wir jetzt ein Brainstorming. Okay, setz dich nur hin. Und ich will jetzt genau wissen, Sandy, alles genau von dir hören. Setz dich hin, atme durch. Alles gut. Wann fing die ganze Scheiße an? Die attraktive Ermittlerin wird seit über drei Wochen von einem Unbekannten mit Geschenken und Liebesbriefen überhäuft. Mittlerweile erhält Sandy Winterfeld fast täglich anonyme Post, sowohl an ihre Privatanschrift als auch in die Base. Mir wäre das ja aufgefallen, wenn jetzt irgendeiner ständig auftaucht. Das hätte ich schon gemerkt. Versuchst du, das Problem ist einfach, das fängt klein an, steigert sich immer weiter und irgendwann schlägt das um, du reagierst nicht. Ich meine, wie willst du reagieren, wenn ich nicht mal weiß, wer es ist? Aber das ist dem Jahr. Ich sag dir mal eins, du kannst den ja nicht so stark hassen, wie er denkt, dass er dich liebt. Das ist das Problem. Wenn er sich nachher so stark zusammenspitzt, da können wir nicht mehr machen. Und deswegen will ich jetzt eins. Ich will den Typen jetzt finden. Will mich mit ihm nett unterhalten. Denn noch ist er fehlgeleitet. Was doch immer in seinem Schiedel vorhät, ganz normal ist er nicht. Und da mache ich mir Gedanken. Nämlich Angst um dich, das läuft nicht. Wir sind La-Familie, eine Familie. Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Und deswegen wird das jetzt hier ein Ende haben. Und jetzt läuft das hier anders. Jetzt läuft das nach unseren Regeln. Du kennst unsere Regeln? Ja. Jetzt werden wir deine ganzen Gewohnheiten ändern. Und deswegen ist es ja ein Tut, dass Ulf jetzt da ist und Mina mit den Wassern unterwegs ist. Jetzt läuft das nämlich so. Der ist doch nicht verbrannt. Der Herr weiß anscheinend so ja schon, wo du wohnst. Dann hat der hier schon draußen gestanden. Der weiß, wer ich bin. Der weiß, wie die anderen sind. Carsten Stahl und Ulf Herrmann leisten ihrer Kollegin am Abend Personenschutz. Die beiden Ermittler sind via versteckter Kamera und Walkie-Talkie miteinander verbunden. Ulf, du hörst mich? Klar und deutlich. Alles klar. Wir sind jetzt hier praktisch in einer Bar, wo sich jetzt Sandy mit einer Freundin trifft. Die soll sich auch ganz normal verhalten. Wir sind ja zu ihrem Personenschutz da. Die soll aber ganz normal ihren Alltag machen, soll ihren Tag genießen. Ich hoffe, dass nichts passiert. Aber wenn was passieren sollte, bin ich immer in ihrer Nähe. Denn ich möchte ihr wehreißen, dass der Kleine nichts passiert. Aber die soll sich natürlich ganz normal entfalten und am besten ja nicht über die Scheiße nachdenken. Ulf, du bleibst da schön im Hintergrund. Die Kleine soll sich ganz normal ihren Abend da genießen, sich keinen Kopf machen und Spaß haben. Auf jeden Fall. Ach komm, wir stoßen noch mal an. Ja, Prost. Prost. Du brauchst dein Prost, das schon vor sich. Ja. Sag mal, der Typ, der da gegenüber sitzt, fällt dir auch auf, dass der da ständig rüberkickt? Ja, ich glaube, das ist ein Freund, der gleich am Start ist. Jetzt habe ich ja früher schon so gerne geschwommen, weil jetzt hier geht richtig ab. Die springt sogar rein. Nein, zwei Hubschie. Ist hier vielleicht ein freier Platz? Der ist zwar frei, aber wir wollten ein bisschen so alleine reden. Da könntest du mich nicht dazu setzen. Ist ja frei. Ist ja genug Platz. Nein, gerade nicht. Du, lass mal. Nein, nein. Ist nichts gegen dich. Du bist ja ein netter Mann, aber guck mal, wir sehen uns voll wenig. Sag mal, setzt er sich jetzt rotzfrech da hin? Nein. Hättest du dir Lust, mit mir was zu trinken? Ich könnte noch einen Freund anrufen. Nein. Nein, nein, nein. Das kommt schon. Farblich passen wir doch auch gut zusammen. Ja, wir passen doch farblich gut zusammen, aber ich glaube, da hinten passen auch andere Frauen farblich zu dir. Du brauchst mal auf, die kann sich ihre Haut selber wehren. Sollte der Typ aufdringlich werden, willst du was du tun hast, ansonsten wird die ihm schon sagen, er soll sich verpissen. Ihr habt, ihr gefällt mir. Ich hoffe, ich gefällt euch auch. Wir sehen doch noch mehr. Du siehst gut aus, aber nichtsdestotrotz, meine Freunde, wir sehen uns selten, wir wollen hier so ein bisschen alleine bleiben. Kommt schon, stellt euch nicht so ein. Das ist doch nur einmalig, wir könnten ein bisschen Spaß haben. Komm, ich zeig dir das jetzt wieder. Du schließt jetzt auf und da hinten ist dein Getränk. Komm, wir könnten noch ein bisschen Spaß haben. Du gehst jetzt da wieder hin. Komm, lass es jetzt mal sein, Mann. Komm, schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn raus. Nein, geh mal bitte jetzt. Ey, Alter, lass mal den Scheiß sein hier. Lass mal die Mädels noch trinken. Komm her, komm, hau mal ab hier. Mach dich mal vom Acker. Mach dich mal vom Acker. Mach dich vom Acker. Ist der junge Mann etwa der liebeskranke Stalker? Carsten Stahl überprüft, ob der unbekannte Verehrer tatsächlich verschwindet. Doch dann kommt es ganz anders. Was ist das denn? Wolf! Wolf! Ein vermummter Mann hat den jungen Verehrer niedergeschlagen. Der Detektalchef nimmt sofort die Verfolgung des brutalen Angreifers auf. Nein, ich hab den nicht gesehen. Es ging alles so schnell. Scheiß. Soll ich den Krankenwagen rufen? Nee, schon okay. Ganz hakt? Alles okay, ja. Woher weißt du, dass du hier bist? Was denn los? Was geht denn? Ich werde gestalkt von so einem Typen seit vier Wochen. Warum sagst du mir denn nicht? Wo sind die Kassen? Ich sage nicht, dass du Angst hast. Ist das gut? Nein, es ist so schön sauber ist. Was? Was? Was ist denn? Wie sah der Typ denn aus? Scheiß, ich hab ihn kaputt zum Problem. Ich hab ihn gar nicht. Ich hab ihn einfach unverschmuckt. Was? Hab die Mordbeke gekriegt? Lach hier. Dann alles gut. Sorry. Sorry. Woher? Woher weiß der Typ, dass die hier ist? Woher? Und genau darum geht das jetzt. Überleg mal. Das Ding war nicht geplant. Ihr habt das kurzfristig gemacht. Ich bin selten hier. Ganz selten hier. Da kommt mir nur eine Sache in Auge. Nur eine einzige Sache. Der Typ setzt so eine kriminelle Energie ein, dass er die, und da bin ich so sicher, einen GPS-Sender ans Auto gesetzt hat. Und das machen wir jetzt. Hast du den Ausschluss dabei? Ja. Da will ich jetzt mal kicken. Da muss man sein. Die Privatdetektive gehen Carsten Stahls Verdacht nach und stellen den Kleinwagen der jungen Ermittlerin auf den Kopf. Sie nehmen mit einem Spiegel jeden Winkel des Motors in Augenschein. Doch von einem GPS-Sender ist nichts zu sehen. Liegt der Chefermittler mit seiner Vermutung etwa daneben? Scheiße, Mann. Was ist denn das für ein Team, ey? Alter, der Typ ist clever. Das würde ich genau damit sagen. Erstens, der hat wirklich kriminelle Energie. Zweitens, er hat ein Ziel. Und das verfolgt er richtig stark. Und dumm ist er nicht. Er weiß auch, das Equipment einzusetzen, was man braucht, um Leute zu verfolgen. Er ist uns immer einen Schritt voraus gewesen, aber das ändern wir jetzt. So, jetzt pass auf. Ich bleib da dran. Du bleibst jetzt da dran. Egal, was kommt. Ich penne heute Abend bei dir. Völlig egal. So macht er das. Der pennt heute Nacht bei dir. Ich werde das Signal hier nach hinten verfolgen lassen. Ich werde das bei der Polizei aufschalten. Allerdings, das dauert eine gewisse Zeit. Die Zeit haben wir aber nicht. Der Typ hat gesehen, dass der jetzt schon ein anderer Typ an dir dran war und haut ihn auf der Fresse. Der ist zu allem fähig. Der wird genauso enden, wie ich das gesagt habe. Der will dich unbedingt besitzen. Der will dich besitzen. Und das wird hier nicht funktionieren. Der nächste Morgen in der Base. Die erfahrenen Ermittler haben noch keine neuen Hinweise auf den gesuchten Stalker ausmachen können. Und Sandy Winterfeld gehen langsam die Nerven durch. Kassi, die Nacht war ruhig, aber jetzt guck dir die Scheiße an. Ja, die Nacht war ruhig, aber jetzt guck dir die Scheiße an. Ja, die Nacht war ruhig. Das, 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 das. Ist das schon wieder im Lied? Ja. Jeden Tag immer die gleiche Scheiße. Und das wird immer schlimmer. Bald wird es nur noch, nein. Bald wird es nur noch uns beide geben und niemand wird dir mehr wehtun können. Du bist mein. Ein Leben ohne dich macht keinen Sinn. Nicht mehr lange und du wirst für immer bei mir sein. Alles klar. Ganz ehrlich, da klingelt es doch bei mir gleich. Und jetzt guck die Fotos, guck die Fotos. Ich weiß, wann das war. Das war vor ein paar Wochen. Da habe ich mit dir telefoniert. Aber da war kein Mensch. Mhm. Ich weiß nicht, wie er mich da fotografieren konnte. So, und das ist halt das, was ich meinte. Der Bevölkerung verfolgt dich schon seit Wochen. Der geht schon seit Wochen so. Ja? Und wenn ich das hier lese, ganz ehrlich, jetzt dann die Aktion. Da quatsch ich einen Typ an. Es ähne nochmal, dass das auch scheiße war, wie er das gemacht hat. Aber er geht raus und kiegt vor die Fresse. Ja? Der Typ hier, hat das vollkommen auf dich abgesehen. Er lässt keinen Mann an deine Nähe. Ja? Und der, der probiert, passiert, weil du bist mein. Ja? Wisst ihr, wie die Steigerung ist? Du bist mein. Wenn ich dich nicht haben kann, kann ich keine haben. Und deshalb, jetzt ist hier Feierabend. Nach Dienstschluss begleitet Ulf Herrmann seine Kollegin nach Hause. Sandy Winterfeld will nur kurz ihre Sportsachen holen und läuft dabei ihrer Nachbarin über den Weg. Ach, hallo Frau . Morgen. Wie geht's Ihnen? Tag. Neuer Freund. Ach, nee, Quatsch, das ist mein Kollege, der Herr Herrmann. Ach so, Arbeitskollege. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab nämlich heute die Wäsche aufgehangen und da hab ich ihren Freund im Schlafzimmer gesehen. Der macht die Betten. Bei mir in der Wohnung? Wann war das? Ja, heute Mittag. Haben Sie da irgendwas erkannt? Könnten Sie irgendwie irgendwas erkennen? Lange Haare? Durch die Gardinen gar nicht so. Aber ich hab halt gesehen, der hat die Betten gemacht. Und den hätte ich auch schon gerne. Netter. Aber tut mir leid, ich muss los. Schönen Tag. Tschüss. Jetzt komm runter. Ist alles gut. Ist alles gut. Wir machen jetzt folgendes. Der Typ war in deiner Wohnung. Ich rufe Carsten jetzt an. Das ist widerlich. Ich weiß, dass das widerlich ist. Ich rufe Carsten jetzt an. Der soll Equipment mitbringen, was wir da haben. Ist das völlig egal. Und dann werden wir deine Bude verwandeln. So, warte mal. Die Ermittlerin ist geschockt, wozu der Stalker in der Lage ist. Carsten Stahl ist eine halbe Stunde später vor Ort. Ulf Herrmann bringt ihn auf den neuesten Stand und macht deutlich, dass Sandy Winterfeld hier nicht mehr sicher ist. Wir müssen uns irgendwas anders einfallen lassen hier. Weil der Typ war hier in der Bude. Okay. Der war in meinem Bett sogar dran. Jetzt zeig mir erstmal, was sich seitdem verändert hat. Hast du schon kontrolliert, ob irgendwas fehlt oder ob vielleicht irgendwas hier ist, was dir vorher nicht drin war? Ich hab mal hinzugekommen, ist da das Herz von an der Tür. Hier das Herz. I love you. Das hat der hier angebracht. Okay. Hast du das Bett so hinterlassen? Nee, nee. Ich war das nicht. Dann heißt der hat doch in deinem Bett hier liegen. Ja. Super Sache. Wunderbar. Pass auf. Ich zeig dir das mal. Siehst du die Wäschespinne da unten? Die Nachbarin hat heute Morgen gesehen, wie hier oben jemand drin stand, das Bett gemacht hat. Keine Ahnung. Auf alle Fälle hat sie einen Typen von da unten gesehen und dadurch, dass die Gardine davor war, konnte er natürlich nicht erkennen. Es kann uns also keine Täterbeschreibung geben, nichts. Mal eine Frage. Hat jemand von dir einen Zweitschlüssel? Keiner. Niemand. Dann will ich mir jetzt mal die Tür ankicken ganz genau. Scheiße. Die Tür war immer abgeschlossen, ja? Ja klar. Ich mach die immer zu. Guck hier, das ist ein Sicherheitsschloss. Das ist ein Sicherheitsschloss. Okay, gut. Aber wenn man sich natürlich ein bisschen damit auskönnt, dann geht ja die Tür natürlich auch auf. Alle Fenster waren zu? Alles. Ich mach immer alles zu, Harsten. Also ich tippe mal, ich tippe auf Lockpicking. Weißt du? Einfach ansetzen. Rüttler, ja. Rüttler, zack, bumm, Tür auf, fertig. Eine Stunde später im Fitnessstudio. Sandy Winterfeld hat die versteckte Kamera geschickt positioniert, so dass ihr Kollege das Geschehen optimal im Blick hat. Mal auf und ab. Und jetzt, wenn ihr nach oben geht, einmal tritt nach vorne. Genau. Wieder schön langsam runter und tritt nach vorne. Da wird mir ja schon schlecht beim Zugucken. Da krieg ich Muskel gerade nur vom Hingucken. Genau. Einmal Gesäße in Richtung Fersen. Ruhig atmen. Einfach mal tief einatmen. Und beim nächsten Ausatmen langsam nach oben aufrollen. Jetzt sind sie fertig. Stunde zehn. Okay. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Da ist die Umkleide. Okay. So, mein lieber Ulf, nachdem du mich so hast leiden sehen, mach ich jetzt hier mal dicht. Ich muss mich umziehen. Ich denke, da versteht sich das von selbst. Lass mal sein. Oh, Scheiße. Na, jetzt ist er total beschissen. Scheiße. Also, wenn die in fünf Minuten nicht da ist, rausche ich da drüben rein. Aber hundertprozentig. Dann rausche ich da drüben rein und dann brennt die Tanne. Puh, Scheiße. Fünf Minuten später ist Sandy Winterfeld noch nicht aufgetaucht. Und Ulf Herrmann wird immer ungeduldiger. Und dann erhält der Ermittler eine Help-SMS. Sandy Winterfeld muss den Notfall-Tracker betätigt haben. Der Privatdetektiv stürmt entschlossen los. Denn seine Teamkollegin scheint in Bedrängnis zu sein. Wo ist die Dame umkleide? Wo ist die Dame umkleide? Es ist ein Notfall. Ich muss in die Dame umkleide. Wo ist die Dame umkleide? Verdammt noch mal. Scheiße. Mein Gott, ey. Scheiße, ey. Facke. Wo ist denn die Dame umkleide? Wo ist die Dame umkleide? Es ist ein Notfall. Meister, hier. Ich muss in die Dame umkleide. Ich muss doch... Geh doch meine Seite. Willst du, dass du rauskommst? Ulf Herrmann hat keine Zeit für lange Erklärungen. Er hat bereits zu viel kostbare Zeit verloren. Seit Sandy Winterfelds Notruf sind bereits drei Minuten verstrichen. Hey, du bist doch schnell. Jetzt fahren wir nicht raus. Stell dich doch an. Komm jetzt mal mit. Hey, 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 hey. Was suchst du denn hier raus? Ist alles in Ordnung. Wir brauchen keine Hilfe. Ist alles in Ordnung. Geh jetzt mal raus. Ich bin hier der Trainer. Mein Freund. Geh jetzt raus. Geh jetzt raus. Ey, komm dir an. Ey, hallo. Bist du bescheuert oder was? Wer soll denn der Scheiß jetzt hier? Hey, hey, hey. Alles in Ordnung. Wir brauchen hier keine Hilfe. Hallo. Komm her. Komm her. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Freund. Was geht mit deinem Kopf? Das ist ja von Wahnsinnig. Hey, es ist doch nichts. Alles in Ordnung. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, mein Freund. Keine Ahnung. Was ist hier los? Bleib mal locker. Ruf mal die Bullen an oder so. Komm her. Ich hab mich gestalkt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ich hab die Polizei schon angerufen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Willst du jetzt mal ruhig? Ey, die bist doch nicht hier. Du kriegst eine Anzeige. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte, dass ich ein bisschen angreiflich geworden bin. Der Typ ist ein Stalker. Ganz ruhig. Hey, ruhig. Ich rede jetzt. Ey, das hat Schwachsinn. Der Typ hat meine Kollegin gestalkt auf der Arbeit, Privat, Hausfriedensbruch. Das ist meine Freundin. Willst du jetzt ruhig? Und was liegt da auf dem Boden? Da liegt ein Messer verboten. Da hat er mich grad bedroht. Was hast du noch mit reingebracht? Das hat er eben in der Hand gehabt. Und hat meine Kollegin mit bedroht. Das tut mir wirklich leid. Haben Sie die Polizei gerufen? Die Polizei ist unterwegs. Ist das dein Ernst oder was? Ey, das ist auch nicht so. Ohne Mist. Ich weiß nicht, warum die sich aus der Dach haben. Die ganze Scheiße hier. Das ist meine Freundin. Und ich wollte einfach nur gucken, was sie tut. Ey, das ist doch voll. Ey, das ist doch voll. Ey, ich geh rauf. Die Polizei ist unterwegs. Ey, du verstehst doch alles falsch, ey. Was soll denn das denn, Mann? Ich wollte doch hier überhaupt ja keinem was tun. Ey, was warum man sich da falsch versteht? Was ist denn das hier? Was wolltest du damit? Ich wollte doch einfach nur, dass du einfach mitkommst, Alter. Ich wollte dir einfach meine Liebe herstehen. Dass du wirklich siehst, wie du hörst. Ich hätte dir noch nie was getan. Nie im Leben. Ohne Mist, ey. Glaub mir doch einfach. Erstmal, das kannst du deiner Oma erzählen. Und zweitmal, was denn für Liebe, bitteschön? Du drehst doch völlig am Ratz. Ich hab dich doch selber merkt. Ey, du guckst mir schon sonst so einen Kurs an. Wir haben uns so geil verstanden. Du bist mein Lehrer, Mann. Ich muss dich angucken. Ich will was von dir lernen. Ich bin echt verdammt froh, dass meine Kollegen die ganze Zeit für mich da gewesen sind und mir am Ende auch noch den Arsch gerettet haben. Und jedem anderen, der gestorpt wird, kann ich nur empfehlen, ihr müsst euch richtig, richtig werden, weil sonst kommt ihr aus der Sache nicht raus. Dennis R. wurde wegen Nachstellung, Hausfriedensbruch, Bedrohung und Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Außerdem wurde ihm untersagt, sich Sandy Winterfeld bis auf 90 Meter zu nähern und Kontakt zu ihr aufzunehmen.